Ich habe nicht mehr so viele Haare, ich habe weniger lang, um meine Haare zu machen. Aber beim Duschen, denke ich, haben beide gleich lang, das ist ein bisschen warmduscher. Ich denke, das ist das Gegenteil. Der Raffi ist wirklich mehr die Frau im Bad. Er tränet seine kleine Hörchen, damit sie perfekt sitzen. Und er geniessen unter der Dusche. Also ich kann nicht antworten. Der Raffi, keine Chance. Ah ja, eine kleine Anekdote. Also der Gastrin hat mir letztes Wochenende geschrieben. Es war um halb zwölf Uhr am Abend. Am Samstag habe ich gefragt, ob ich noch rauskomme. Und ja, um halb zwölf Uhr bin ich eigentlich schon im Bett. Also ich habe seit fünf, sechs Jahren aufgehört, Playstation zu spielen. Und der Gastrin ist, glaube ich, immer noch ein bisschen dran. Ja, sie spielen sehr viel FIFA. Also definitiv mehr als Raffi gegen ein paar Schuttkollegen vom FC Bio. Ich denke, wir haben beide ganz verschiedene Kleiderstile. Aber wir legen uns beide gut an. Ja, an dem stimme ich auch zu. Der Raffi hat ein bisschen ein anderer Stil. Aber wir haben beide so einen auffallenden Stil. Was vor allem den Ausgang angeht. Ja, schwierig zu sagen. Ich wäre sicher so besser auf der Linie. Und der Gastrin so ein bisschen besser mit den Füssen. Also wenn wir eins gegen eins spielen, dann würde ich gewinnen. Aufgrund dessen nicht, dass ich vielleicht ein besserer Goal bin, aber ein besserer Schuss habe.